Die neueste Consulting unterstützt ihre Kunden dabei, für ihren IT-Betrieb und für ihre IT-Projekte die richtigen Fachexperten und Expertinnen zu finden. Das ist natürlich eine große Herausforderung, da die Digitalisierung bei den Unternehmen im Fokus steht und deshalb die Nachfrage an Experten und Expertinnen sehr groß ist. Unser Ziel ist es dabei, unsere Kunden kompetent in ihren IT-Vorhaben zu unterstützen, indem wir ganz genau ihren Bedarf verstehen. Wir stellen unseren Kunden dann ausgewählte und qualifizierte Fachkräfte zur Seite, die unseren Kunden den Rücken frei halten und sie in ihren Projekten erfolgreich machen. Mein Name ist Oliver Lützenkirchen und ich bin Account Manager bei Neuster Consulting. Wir sind mit der Neuster Consulting und unserer Schwestergesellschaft, der Neuster Eastern Europe, international ausgerichtet und pflegen so schon ein internationales Netzwerk. Das bedeutet für uns Fachkräfte aus Drittländern zu rekrutieren, ist für uns ein logischer Schritt gewesen, denn wir kennen den deutschen IT-Arbeitsmarkt und den IT-Projektmarkt sehr gut. Die Unternehmen haben die Digitalisierung in den Fokus gestellt und deshalb ist die Nachfrage an IT-Experten und Expertinnen so groß. Wir sehen natürlich diese Lücke und wollen aber unsere Kunden in ihren IT-Vorhaben kompetent unterstützen. Die Seite Make it in Germany ist sehr präsent. Man findet auf der Seite selbst viele Informationen für die Fachkräfte, um diese eben auch gut betreuen zu können. Aber auch für die Unternehmen sind viele Informationen vorhanden, sodass man einen klaren Weg findet, um die Fachkräfte an Bord nehmen zu können. Die veränderten Bedingungen, die mit dem 01.03.2020 eben in Kraft getreten sind, helfen uns dabei effizienter Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Die Neuerungen sind zum Beispiel, dass auf eine Vorrangprüfung bei ernerkannter Qualifikation verzichtet wird, was für uns die Prozesse noch einmal schlanker macht und wir so eine viel bessere zeitliche Planbarkeit und Sicherheit bei dem Einsatz der IT-Fachkräfte in den Projekten unserer Kunden haben. Außerdem wird auch ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren für Unternehmen möglich, sodass wir auch die Visa-Prozesse schneller abwickeln können und die Fachkräfte auch schneller in Deutschland starten können. Zuvor gab es Schwierigkeiten, aber jetzt war die Abwicklung sehr einfach und effizient. Wir haben das beschleunigte Fachkräfteverfahren mehrfach genutzt. Für das beschleunigte Verfahren muss man sich eben an die Ausländerbehörden wenden und dort einen Antrag ausfüllen und abgeben und alle Bestimmungen und alle Papiere einreichen, die eben erforderlich sind. Die Ausländerbehörde wickelt dann im Prinzip im Hintergrund auch die Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit ab, weshalb der ganze Prozess schlanker ist. Und durch das beschleunigte Fachkräfteverfahren wird eben den Fachkräften zugesichert, dass sie in einer gewissen Zeit von bis zu drei Wochen einen Termin in den Auslandsvertretungen wahrnehmen können. Dann wird innerhalb von weiteren drei Wochen entschieden, ob die Fachkraft ein Visa erhält oder nicht. Dann ist es wichtig für unser Team, die Fachkräfte eben auf der Reise und beim Onboarding intensiv zu begleiten. Daher schauen wir hier ganz genau, dass wir den Fachkräften das deutsche System näher bringen, sodass sie sich in Deutschland auch gut wiederfinden können und gleich von Beginn an auf die Arbeit konzentrieren können. Sie nehmen natürlich unsere Erfahrungen, die wir da schon gesammelt haben, mit anderen Fachkräften aus den Drittländern sehr gerne an und lassen sich da auch unterstützen, sind da sehr offen für und freuen sich darüber, dass wir sie so auf ihrem Weg begleiten. Bisher lief die Integration der Fachkräfte immer reibungslos, sprich die Fachkräfte fühlen sich wohl in Deutschland, die sind sehr engagiert in den Projekten und bisher haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Wichtig ist es, sich als Unternehmen in die Fachkräfte hinein zu versetzen und genau zu verstehen, woher die Fachkräfte kommen und welche Informationen auch für die Fachkräfte wichtig sind, damit sie sich in Deutschland einleben können. Bei Neuester Consulting steht der Mensch im Mittelpunkt. Für uns ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter sehr wohl fühlen und das ist auch unsere Vision, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und deshalb haben wir eine sehr offene Unternehmenskultur, die wir fliegen und auch viele Mitarbeiter, die eben aus verschiedenen Ländern kommen und so auch einen internationalen Austausch sozusagen im Unternehmen, den wir auch fördern. Das neue Gesetz ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Wir können so viel einfacher und effizienter Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren und nutzen dementsprechend die Möglichkeit des internationalen Recruitments und noch mehr. Ich würde anderen Unternehmen raten, dass sie sich zunächst mit den Online-Auftritten von beispielsweise Make it in Germany auseinandersetzen und diese auch verfolgen. Denn für die Fachkräfte sind bestimmte Informationen eben wichtig und man sollte sich als Unternehmen auch auf die Fachkräfte einstellen. Das neue Gesetz ist auf jeden Fall. Das neue Gesetz ist auf jeden Fall.